Halli hallo liebe Leute und willkommen hier auf meinem Kanal von DerPunkt und ich habe hier gerade einen kleinen Run, den kann ich einfach nicht fernhalten ich habe einfach die übelste OP-Kombo, die ich mir jemals vorstellen konnte hier seht ihr übrigens den Seed 620R BZRM und ja, ich würde mal sagen, lasst es einfach mal auf euch wirken und ja, ich bin hier gerade in der Ebene oh Gott, oh Mann, hier ist Power noch dazu, klar, na sicher ich habe so viele verdammte Items eingesammelt ich glaube ich auch nur gerade einfach alles extrem weg und ich glaube ich mache jetzt auch zusätzlich noch die letzten Räume überall und alter, ich konnte nicht mehr, ich habe sogar gefeiert als ich diesen, den Run hier, als ich hier auf diese Ebene gekommen bin ich war schon vorher OP, ich war schon vorher Gappi und hatte Control Tears mit Spectral Tears und hab dann zwischendurch noch die X-Math Skull gesehen guck mal wie groß das, wie groß die Träne ist, wenn sie maximal weit weg ist ich hoffe mal, ich bin jetzt gewappnet für den letzten Boss auf der Ebene weil das ist, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne, dann meine Fresse dann weiß ich auch nicht weiter was ich dann noch mache, wenn ich das jetzt wirklich verkacken sollte eigentlich kann ich das gar nicht mehr verkacken aber warte, 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 es ist so dumm, wie ich mich manchmal anstelle oh Gott ey ich komme aus dem Feiern einfach nicht mehr raus, das ist wirklich komm, die kleinen Viecher machen wir mal so weg oh, no, no, jetzt habe ich die Ver- oh Gott, jetzt habe ich einen Damage Down gekriegt wahrscheinlich die gesamte Ebene gekleert, mir fehlen gerade mal zwei Herzen bis zum Maximum ich könnte noch einmal sterben das muss ich jetzt schaffen auf zum Boss ich bin mal gespannt, was der letzte Boss ist falls ihr noch nicht wisst, was das ist, ich weiß es jedenfalls nicht und wenn ihr euch nicht spoilern wollt, dann ist jetzt die Zeit abzuschalten ich werde jetzt rein Salam oh, okay es ist nur ganz leicht, okay Missing Poster und Angels freigeschaltet und da würde ich mal sagen gucken wir uns das mal an oh, ist das laut ich hoffe jetzt mal ist das nicht zu laut eigentlich äh, Mixer, Robin, Isaac die letzte Post Das ist jetzt... Naja, ich bin ein paar Mal öfters gestorben. Nur zwei Enden fehlen mir noch. Okay, das eine wird das Isaac-Ende sein und das Schätze-Ende. Nee, Isaac habe ich schon einmal besiegt. Okay, danke, dass ihr eingeschaltet habt für dieses kurze Video. Ich muss das einfach mal... Das ist so Hammer, gell? Bis irgendwann. Ciao.